Nein? Okay, wenn du es so willst. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Es war so schrecklich. Es war, es war, ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und, und da war ein Jäger. Es war einfach. Nick. Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Nick. Hey, Kumpel. Kannst du mir sagen, was die gemacht haben? Er ist voll daneben. Ja. Der Jäger. Stimmt. Ja. Da war ein Typ. Und... Noch was anderes. So eine Art Tier. Was denn für ein Tier? Nein, nein. Ich hab nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Der ist wahrscheinlich einfach noch verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Hab ich denn... Ist Abby... Ja, hey, hey. Sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Grauen und... Zähne. Direkt auf mir drauf. Ich glaub, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn so meint. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich krass übel. Echt krass übel, Alter. Oh, sorry, Mann. Sorry. Schon okay. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht. Dieses schwarze Zeug. Was? Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Scheiße. Ich hab ne Knarre. Und kann damit umgehen, glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also... Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Halt! Nein, nein, nicht schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten! Oh, scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere ihn. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Aber was ist dir passiert? Gut, gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Jäger, ich hab doch gesagt, Jäger. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen. Und dann den halben Baum hoch. Zack! Ich häng da also. Halbnackt. Und dieser Typ kommt mit so einer scheiß Macheta auf mich zu. Start mir direkt ins Gesicht. Aber ich hab ihm ne Lektion erteilt und mich dann verpist. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Äh, ganz genau. Oh, und, Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen. Ich hab im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein, 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 nein. Ähm, einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen. Und, äh, klar ne Leiche, Blödmann. Aber klar doch, Jäger. Nein, im Ernst, das stimmt. Das war vermutlich einer der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Da stimmt was nicht. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Tja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Na, na, ey. Blöder Sack. Hör, hör jetzt auf. Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schlechst hier rum. Rain. Sorry. Das ist Bullshit. Schau, wie's ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann noch eine Begegnung mit Käpt'n Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Sippline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komm ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge. Und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Oh. Ey, ich hab ne Idee. Okay, mal sehen, was der Abend bringt. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Hm. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen, kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Integra-Freunde. Bist du's, Jacob? Bist du's, Jacob? Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysetten für ein haariges Riesenkind. Das Traurige ist, weil du nichts festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir grad drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie, warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blablab damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich mein, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts? Wörtlich? Und ich lass es gut sein? Oder bleib ich auf dem bisherigen Weg und... ...schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Okay, es geht weiter aufwärts. Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist, doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ich bin gut mit Kindern. Dahin gehen wir jetzt. Nicht zu schäbig. Also buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zip-Line, vor der ich... ...ehrlich so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Hoffe Abby ist okay. Sie ist weggelaufen. Falls ihr es nicht wisst, ich... ...hab mit Nick rumgemacht. Aber als Mutprobe. Ich bin echt keine Bitch oder so. Oh, und als Kontext, Abby mag Nick. Also eigentlich auch gegenseitig. Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Ihre Flirtversuche glichen den betrunkener Quallen echt schlimm. Der arme Kerl war wie gelähmt. Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich wette, sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut gehen. Und da sind wir. Wie gesagt, ein extrem klappriges und noch unterwältigerndes Baumhaus. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horror-Falltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Ich zieh mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Und ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt. Und keine Zeit für Zugang. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah! Oh, come on. 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 Oh, man. Ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Ich hasse Granola. Ich hasse Granola. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, äh, ja. Ähm, ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert. Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Was? Ich weiß nicht, was, wenn es Blut geleckt hat und sie jetzt irgendwie verfolgt. Ich, ich glaub nicht. Ich denke nur, wenn wir bei ihnen bleiben, sind wir dran, ich weiß nicht. Ich glaub echt nicht. Was auch immer sie angegriffen hat, das kommt nicht in die Lodge. Okay, ja. Ja, du hast sicher recht. Komm schon, wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Kam mal vor, ja? Wo gehst du hin? Ich, ich, ich glaub ich, ich hör meinen Namen. Ich hab nichts gehört. Ich denke, nix wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo ruf ich an? Äh, Mr. H? Hör nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 91-1. Du meinst 911? Wer sagt 91-1? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, äh, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach nem Arzt? Hä? Äh, Cops? Ja, mach keinen Scheiß. Diese Jäger wollen uns kidnappen. Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich ihnen helfen und ich? Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es waren Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Einer wurde gekidnappt von diesen Jägern mit Blut im Gesicht und es sind Schüsse gefallen. Doch nicht von uns, aber vielleicht doch von uns. Und, sie haben meinen Freund Jacob vom Baum geholt. Separater Fall, lange Story. Ja, ja, das, das ist gut. Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tod. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst. Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Was? Hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung, das machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet. Du tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo, äh, wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemand kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Ist schon gut. Okay. Es, äh, liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an einem schuld? Okay. Also, das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der, äh, die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflext. Siehst du? Wir sollten besser Ketlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. Oh mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Ketlin. Die braucht sie doch nicht wirklich, oder? Äh, sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was gefährliches sein in der Lodge. Wann? Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Ach, okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib kein Check, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Äh, ich stirr wohl gerade. Kopf hoch, Großer. Ich, ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem. Mach ich doch gern. Du bist so großzügig und stattdessen. 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 Was ist das? Was ist das? Oh, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Ach, ist es wieder so weit? Sieh an! Hm. Magier. Hm. Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Werk eines Magiers gerade noch hier schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Du willst doch nichts verpassen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Nein? Okay. Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Die Menschen, die Menschen, die in der Lage sind. Was ist das? Du bist nicht. 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 Vielen Dank.